Hallo und herzlich willkommen zu einem Pokemon Trading Card Game Booster Unboxing Ich mach doch so groß, ist bei euch besser Auf gehts Willkommen zum Booster Opening Wir haben einen Kampf gewonnen, ist halt mega krass Wir haben direkt 2 Booster bekommen Gucken wir uns mal an, was wir bekommen haben Dann haben wir natürlich einmal einen Sicher 70kp Ist nicht schlecht So ein Glitzern Ich kann einen Schwertanz Was sagst du das? Trading Card Game? Das Beste, Alter Das hat nichts gebockt Das braucht ein bisschen viel Energie Genau, was haben wir hier noch? Fucano, habe ich leider schon Nidorino natürlich Mit dem Doppelkick und dem Hornbohrer Ja, den kennen wir doch alle Kadabra Maholo, Pikachu Tangeda, Sternu Pummelow und eine Pflanzenergie Aber leider, leider, leider Keinen Was wollte ich nochmal haben? Wohl Nona, Wohl Nona wollte ich eigentlich haben Ein Garados Mit Drachenbud Der wird doch zum Einsatz kommen in den nächsten Spielen Ja ja Fünf Sterne Noch einmal Nidorino Radikal Nidoran Picacho Macholo Dann noch ein Abra Hatte ich auch noch nicht Ein Grumando Jo, eine Pflanze Alle fünf Sterne Jo, das war's dann Ja, das war's dann Abonnieren nicht vergessen Eskimo Play Ja wohl, ciao Ja wohl, ciao Ja wohl, ciao